Unsympathisch TV. Ja, das ist schon ein guter YouTuber. Da hatte jemand eine ganz tolle Idee. Beim Content setzen wir einfach auf Comedy, weil man sich sowas immer angucken kann. Dazu packen wir noch ein paar Memes, Duelle und Challenges. Das Ganze lockern wir noch mit ein paar Sprüchen auf und fertig. Schon hat man einen tollen Kanal. Doch dann reicht es nicht, dass er immer eine Cap auf hat. Nein, er sieht einfach aus wie jemand, der nur im Keller sitzt und nie Bock auf irgendetwas hat. Und dann kommt noch hinzu, dass er so gut wie immer im selben Raum dreht. Ich meine, warum sollte man auch Geld für den Hintergrund ausgeben, wenn die Videos sowieso geguckt werden? Und dabei sind die Videos nicht mal was Besonderes. Nicht nur, dass er oft einfach nur Reactions macht auf die Videos, die Luca ihm rausgesucht hat. Nein, ständig muss er Clips von anderen YouTubern einblenden, um so seine Videos noch besser und noch lustiger zu machen. Ich meine, geht's noch? Und bei der Gestaltung will ich gar nicht erst anfangen. Nicht nur, dass er seine Begrüßungen und Outro immer gleich macht. Übersteuert er einfach mitten im Video, um so ein weiteres Wiedererkennungsmerkmal zu haben. Hinzu kommt, dass Sascha einfach einen einzigartigen Charakter hat und immer mal wieder Gäste da sind, um die Videos noch besser zu machen. Und was willst du denn sehen? Nicht lachen, umschreiben, beichten, Ebay-Kleinanzeigen? Ja, nein, nicht. Oder doch einfach Instagram-Rapper? Und wenn es das schon wäre, könnte man ja sagen, ja, okay, aber nein. Er gehört einfach zu den erfolgreichsten Kanälen Deutschlands. Und nach wenigen Stunden haben die Videos einfach abnormal viele Klicks. Und das, obwohl er nicht mal 10 Minuten Videos macht, geschweige denn vernünftiges Ampets oder Titel. Und warum bei unsympathisch.tv gut ist.